wir warten eine minute für uns 1000 leute warten auch darauf und repos ist da immer kurz tür auf ich muss noch mal ganz kurz auf discord den link teilen was geht los schnell den point geht es los ist nicht auch mein gott wird direkt neuer trailer neuer gut schnell setzt sich den endpunkt das sieht so aus wie vielleicht der dark so oder so egal wer da ist okay das ist kassel wenn ja man das ist wirklich kasselvania ja ja ich denke auch egal so halbisch jetzt laufen würde ich habe meine hallo das ist kasselvania ich glaube ich glaube jetzt kommt jemand und er das ist richtig geil man feitschen du das muss cool sein wie das ist so wie das macht jetzt auf einmal das ist das ist das ist eine stage wie der gelbe teufel dude no actual game footage ist richtig verpixelt auch wenn wir kommen sollte würde wir haben und niemals am anfang noch einer tritt da cross over ich glaube dass wir richter kenne ich nicht der sagt gar nichts das erste das zeigen die direkt am anfangs gut kassel wenn jetzt auch jetzt geschafft in der spiel ist es so crazy ist tot was das war richtig es ist dann aber auch etwas was gesagt wurde was passiert ja kroni kassel linders geschützt kassel linders geschützt es leckt zu sehr ich mach das kurz aus wuuu simon simon Simon! Klatsch! Schau mal wie lecker das ist. Das sind seine Ariats. 0-2-sum war ein bisschen heftiger. Das sind seine Ariats? Ja, natürlich. Oh, das ist Sheep. Das ist wirklich Sheep von Millie. Brawl, Brawl. Was ist das, Digga? AX. AX sieht schlecht aus, finde ich. Holy Water. Holy Water muss gegen Gartenloch gut sein. Holy Water brennt ein. Vari ist auch ein Dämon. Was für eine Fair ist das, bitte? Oder was soll das sein? Nein, es ist auf einmal eine Stunde. Verdreht die Nummer zerstört. Alter. Traklos Castle. Junge, das ist die Stage als... Oh, Junge, das wird zu heftig, glaube ich. Das ist die Stage genau. Kann ich denn ernst sein? Ich will eine Demo! Oh, ich will keine Ruhe. Ach was. Das finde ich schon cool. Oh, wie cool. Frankenstein ist am Start mit so einem kleinen Dude. Death. Der Tod. Und Camilla. Was macht sie? Was ist denn jetzt mit dem anderen Dude? Der kommt doch rein gesprungen hier. Schade. Jawohl. Oh, wow. So viele Specials auf dieser Stage. Und Fragezeichen. Oh, Fragezeichen. Oh, Fragezeichen. Oh, das ist geil. Oh, so viel oder wie? Ja. What? Wow. Die haben echt viel von Castlevania reingeballert. Scheiße. Keeeeega-Kerchen-Ringe. Zeigen wir uns. Zeigen wir uns. Zeigen wir uns geschafft. Wie ist hier? Mortal Rival? Ist ja wohl Immortal eher, oder? So, ich mache jetzt die Quali auf 27. Dracula. Wie? Dracula ist ein Char oder was? Oder wer war das eben gerade der Typ? Das ist Dracula. Aber er ist kein Char, das ist... Ein Sist Trophy. Mhm. Alucard? Alucard, son of Dracula, will lend steel in battle. So, Trophäe, komm jetzt. Ich glaube, die von Castlevania sind, glaube ich, ziemlich in. Uh. Uh. Was die Trophäe alles kann. Snake. Ja, man kann ja Trophäe noch boxen. Jetzt sind wir jetzt eine normale Chance. Boah. Wir haben es geschafft. Okay, we will Taylor Trophäe. Ja. Oh. Mhm. Ist auch ein Belmond. Ein Bro-ish, ja? Ja. Cool, ich finde das voll cool mit der Wasserbombe. Ja, Mann. Eigentlich ist es dann voll krass, wenn man Leute spielt, die Echo Fighter haben. Also einen Echo Fighter von sich, weil... Wenn er verschiedene Match-Ups irgendwie... Ja, so wie Lucina-mäßig macht. Ja. Genau. Hey! Tu mal was. Nein! Ach so. Mal ein bisschen lauter vielleicht. Zwei neue Echo Fighter-Sicher. Oh, nein. Es ist wieder ein Faller. Nein, wenn das der ist, ist okay. Wenn das alt-Klon ist. Ja, es ist echt der... Das ist cool. Der Faller von Lucina. Ja, genau. Den mal. Boah, das wurde auch geliebt. Das wurde auch geliebt. Ja, ich sag ja, der Leap war richtig. Nur, dass Nintendo davon mitbekommen hat. Cool. Auf jeden Fall mega Power. Das ist echt gut. Das hat irgendein Typ auch gesagt. Das hat dieser Papagenos gesoldet. Ja. Ja. Er hat nichts gesagt. Er hat die Leap nur. Und Passant hat auch selber gesoldet. Einfach mal alle Fire Emblem-Charaktere. Ja. Scheiße. Scheiße. Was ist das denn für ein Echo denn? Weil der Mars-Styp gemacht zum Beispiel gerade. Das war der Abwieser nach Dings-Aus. Ja, aber das ist halt wie wir mal auf den Dancing. Kann noch einer übrigens jetzt. Oh, sag Samus. Boah, Samus hat jetzt auch endlich einen. Uh, Dark Samus. Was? Was? Ja, das würde auch. Ich dachte mir auch kein Ziele. Wie cool. Ja, noch finde ich nicht cool. Noch sieht das gleich aus. Ja, ist bestimmt Samus ohne viele Multi-Hits und mehr Damage oder sowas. Knockback. Und langsam auch gleich. Oh, wie cool. Die fliegt halt so, ne? Die ist so ein bisschen mehr so... Loading noch mehr. Guck mal wie sie auch steht. Ja, sie fliegt so ein bisschen, ne? Ja, finde ich aber... Oh, ach so special. Schon nice. Auf jeden Fall sehr nice. Oh. Ja, ich weiß nicht. Chrom. Okay, meinetwegen. Roy? Soll das Roy sein? Oh, okay. Soll doch die Roy Echo sein. Soll der Roy da gerade zu sehen sein. Soll das Roy sein? Ah, okay. Soll der Roy da gerade zu sehen sein. Oh mein Gott, der hat echt noch ne mit... Für Gaur Print freue ich mich wirklich. wir haben es verstanden hat noch niemand ist doch cool ich finde ich habe ja auch sie kann so crazy anhängen sie es kann das auch zwei chance kommt ja mehr hat er gesagt mehr chance sind wahrscheinlich so 19 noch mal die 20 die sagen könnte jetzt nicht erwarten dass wir noch so viele chance machen anhause in den ersten wochen direkt noch mal vier chance das ding ist halt was dann sagt es egal ist geil und ist echt cool die musik kommen mit den typen wenn man den kippt dann kommt zum grafstein ja die sieht auch nicht so ultra flash im hintergrund aus da können sich dann keiner mehr beschweren ja ich will mal kurz zum wasser ja mach ich gleich weil ich trinke irgendwie gucken eigentlich muss man dich auch noch sehen ja ich kann einfach mal heranrücken ja rücken mal ein bisschen heran ich bin so ein bisschen nach da rücken was mit deinen haaren das wird fett und ist gut das ein problem oder so ne ich finde es nicht schön sind die gestylt oder wasser rein und ob das möchte ich uns so ein bisschen ältel aus oder vorgegangen sind ja so classic look meine die ne ja genau nicht gut Was, Digga? Ah, ist die Chars. Oh! What?! 103! 103 Chars? Warte. Tchosh! Ich dachte auch die Chars, aber das ist ja auch irgendwie... Sind das einfach alle Stages? Wo ist Yoshi's Story? Ich will Yoshi's Story sehen. Ist doch viel, ne? Ja! Ja, das war aber das von Millie, ne? Ja, das meine ich, ja. Das will ich ja haben. Aber was ist mit Yoshi's Island? Das weiß ich nicht. Aber ich finde, Yoshi's Story wollte ich unbedingt haben. Yoshi's Island, man! So nice, man kann echt alle spielen. Was heißt, da will ich jetzt mal sehen, was das auch weiß. Ob das dann wirklich Weile wird oder nicht. Ja, ob diese komischen fliegenden Dinger da trotzdem sind. Aber das sind ja auch so Plattformen. Ist das einfach, das sind nur FD gewesen gerade. Yoshi's Island? Nee, ich seh's nicht. Ich seh sogar das von Kirby. Da ist Yoshi's Island! Ja! Ich hab's echt gesehen. Bitte keinen Char direkt, ich will nicht das Ende sehen. Okay, für Millie. Ich muss noch kurz jumpen. Oh, kranker Typ. Oh, was ist das? Junge, es gibt... Hast du grad gesehen? Ich hab' nicht gesehen. Nee, er spricht nicht. Man könnte eine Stage, kann denn eine andere übergehen. Ah, da seh' ich jetzt auch grad. Sieht ihr das? Das heißt, FD kann in SV übergehen, zum Beispiel, glaub' ich. Guck und Freifelze machen, das ist ja... Guck, guck und schütz... Wow! Wow! Junge! Ich hab' ein bisschen Herz klopfen, muss ich ganz ehrlich sagen. Schon seit halb vier, aber trotzdem... Und jetzt? Und jetzt? Auf einmal... F0 Stage! Das ist ja voll cool, Mann! Junge! In Kiru, komm' das Lippo rein. Okay, ich glaub's nicht. Ich glaube, das geht auch... Okay, das ist auch cool. Eine Milliarde 500.000! Morden! Viel Spaß beim Freispielen! 500! 800! 800, Dinger! 480! 1 auf 10, 2 auf! Wie sieht's! Smash 5 wird, glaub' ich, das Beste. 20 Stunden Musik! Nur wenn du mal OP ist! Ist Smash 5 zurück, eigentlich? Ja, ne? War doch grad Smash 5. Ja, ich glaub' auch. Jungen, Smash 5 und Smash 5. Boah, das ist ja so herrlich! Wieso? Ganz kacke Stages. Dinger, es sind so viele Stages. Das ist schon unübersichtlich für jemanden. Alle so viel zu viele Stages! Wir müssen alles warten! Waaah! Ich glaub' alle wollen sogar mehr Weibels Stages haben. Zum Glück sind sich da alle einig. Ich bin ja immer für Vielseitigkeit, ne? Also ich feier das. Ich find's auch wirklich gut. Für mich ist das sowieso gut, wenn man jetzt scheiß nie schlecht geht. Hast du ihn in die Burg, ne? Ja, Mann, das war das schlaust. Ey, Simon Belmont ist da. Ich werd' ich den spielen, ich weiß es nicht. Alter, Simon. Ich will auf keinen Fall spielen. Den hab ich schon echt gehypt. Echt? Ja, ich glaub' das ist echt cool. Das ist ein neuer Duckhand für die Wiederverbindung zu früher. Halt. Duckhand! Ja, Duckhand habe ich noch nichts mit hinein. Ganz schön. Oh. Und ein Kopfhörer in ihr ohne Kabel. Mit Kabel. Mit Kabel. Pech. In Handheld-Mode. Du kannst die Musik jetzt von Smash machen. Das ist genau dein Ding, Philipp. Dann hörst du eh nur Game-Walker die Liste. Klar. Ey, ich hab' hier nur... Ja, man braucht nichts. Oh, warum das Lied so alles? Das interessiert mich. Ja. Ja, bestimmt auch Blue-Jong-City. Ja, ich brauch' jetzt meinen Switch nicht unbedingt als Walkman, aber... Ich brauch' ne... Ich brauch' ne... Ich brauch' ne 5. Ja, ich hätt' auch gerne eine Switch 5. Dezember... Rules? Was rules, Digga? Das heißt... Du kannst jetzt zum Beispiel Stoxx am Anfang einstellen, damit man es nicht mit neu einstellen muss wieder... Was heißt du? 2,30? So? Du kannst... Geil, wer erklärt gerade alles? Oh, blödlich das. Doch, das war geil. Das war ziemlich leicht. Ich glaub' du war gab's gar nicht mehr. Oh, die sterben dann einfach. Das war so cool, dass die dann so... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah... So leicht und mäßig rumzocken. Ja genau, das war so cool. Oh Yoshi, die lernen, du musst alles nehmen. Lass uns das mal nochmal gucken. Ja, wir haben es ja aufgezeichnet. Okay, was gibt es noch für Stages? Was versackt ihr da gerade? So viel jetzt, Junge. So Losers pick das ja nochmal. Snake ist zurück. Was? Das war so ein Lauf-Downshift glaube ich gerade. Kann gut sein. Ach was. Jeder ist jetzt Cloud. Oh cool. Cloud! Ach was. Das ist schon ein nicer Modus eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Was ist denn? Wer ist denn die Frau daneben? Ist das deine Mutter? Ja. Ne, Lukas. Ah ja, Lukas. Wie alle setzen wir einfach Special zu ein. Guck dir das an. Der nächste und dann der nächste. Eight Player Match, Alter. Ja guck. Neue Meta. Ballymodes! 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 CoinModes! 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 Ah so. Cruise Battles. Das haben sie echt eingestellt! Q Crew Battles gemacht! 3 in 3 oder 5 in 5 ist ja nice. Das wollten wir doch haben. Ja. Oh wie cool ist das denn? Ah das wollte mein Kollege aus der Nähe noch wissen. Was? Guck mal. Oh wie heftig. Tuning! Hab ich 10 Sekunden vorher noch gefragt. Guck mal Mario. Oh Jungen. Wie heftig. Endlich. Das ist schon gelap. Endlich haben die das dann eingezogen. Das ist aber auch Brawl. Hatte Brawl nicht auch Tuning Modus? Ich glaube nicht. Brawl hat ja auch Tuning Modus. Keiner spielt Yoshi. Ah. Smash Down. We're adding a special Smash Mode called Smash Down. After a battle in this mode, the previously selected fighters will no longer be available to use in the next battle. Iron Man. Ah, Iron Man. Ich weiß nicht. Alter Dark Saumus. Ich hoffe wir haben das unterschiedlich besser gezeigt. DARK HATE IST AUFTAGE WERE NICHE SHARE UNTRELETE. Ne. Mobile & Bulletin. Rosalina war und Linz hab ich glaube ich gesehen heute oder? Training. Oh jetzt ist... Wie cool. Oha Digga. Frames und so kann man sehen und auch... Was? Was? Das ist ja... Das ist ja wie beim Golfen Digga. Das ist so competitive. Das ist echt Golf. Das ist nur competitive. Wir müssen... Mehr bitte. Das ist echt viel. Das ist echt viel. Oh, das ist echt viel. Wo sieht man das Gewicht? Oh jetzt. Oh jetzt jetzt nicht. Aber trotzdem. Oh. Oh. Toll. Oh, hast du überlebt? Ah doch nicht. Toll. Was ist mit dem Pilz? Aber die haben beim Trainingsmodus nicht irgendwie so ein Slow-Mode oder Zurück-Mode oder so gemacht, dass man so eine bestimmte Situation nachstellen kann immer wieder zum Beispiel Juggled oder so. Das wäre cool. Na ja, Bananenwaffel, die haben wir schon mal gesehen. Echt? Ja. Vielleicht wird es nicht auf jeden Fall. Nee, ne, gern. Ich fand so ein paar Nachrichten, sind sie lustig. Tschüss, was ist das denn? Coole Klinge, ey. Was ist das von... Pinte da. Das ist auch cool, du kannst ihn in die Luft, ja. Wie? Und Side-Pier hat nichts geklappt. So, du explodierst nicht. Ich dachte, das wäre... Alter, von Dings, von Castlevania oder nicht? Von dem Tod? Ah, stimmt. Dann sind die direkt GG. Toll. Klingt unfair, aber... Wow. Klingt wie der Baseballschläger eigentlich, ne? Heftige Mushroom, Digga. Wie viele Mushroom. Ab nach Holland. Ah, okay. Daher kommt der Pilz von Kirby da. Wo ist das? Rage-Blast, Alter. Oh, das kommt ein Falcum. Oh, das kommt ein Falcum. Wenn die Sitchoil kommt, ist das halt de-confirmed, ne? Ja, wie geil ist das denn? Stell vor, du kommst nicht über den rüber oder so. Oh, krass. Aber das ist ja richtig lustig, der separated den ja praktisch. Ach, als ob bei oder nicht rüberkommt, Mann. Ja. Der ist, der ist Abra. Heißt du was, wenn du Teleport-Air-Deutsch hast? Oh, Abra ist richtig cool. Ja, ich fahre einfach Ultra drauf. Nee, kannst du nicht da durchdeutschen. Du bist nur unsichtbar, weil du bist immer noch da. Der ist auch cool, Sorge Leo. Wo ist er wieder? Ja. Okay, das geht nur hoch oder gehts auch nach links oder rechts? Oh, Mimikyu. Da wurde auch spekuliert, ob der in Smash kommt. Oh, das hätte ich nicht gehört, wohl, glaube ich. Ah, Decidueye kommt, denke ich schon. Ich glaube, die zeigen gleich Decidueye. Oder die zeigen wirklich K. Rool. Ich glaube immer noch, dass K. Rool und Dixie kommen. Das wird zu krank, natürlich. Ich kann es dir nicht vorstellen, aber... Oh, Dixie. Alola. Alola. Ah. Valolan. Alolan. Alolan. Oh, nice. DigiKorn. Hä? Hat man übrigens auch noch nicht gesehen. Oh, Marcello. Ich tue so viele neue Pocke. Das ist ja mal eine geile Idee. Ich kriege das früher drauf kommen können, wo du eigentlich... Wow, das ist der Wichser. Ah, okay, okay. Das war der jetzt nicht. So. Schön, dass der nicht am liebsten ist, ey. Ja. Nochmal, DNL. Richtig durchdringen Sonic. Richtig. Okay. Ach was. Knuckles. Auch De-confirmed. Ja. Oh, auch De-confirmed. Auch De-confirmed. Auch De-confirmed. Crystal wäre okay. Oh, das ist cool. Das ist ein Hinweis auf K. Rool. Das ist ein Hinweis. Oh, von Animal Crossing. Cat. Tschüss. Oooo, Chef Kawasaki. Koch Kawasaki. Der beste Spieler überhaupt. Alter, wie lustig. Den hab ich immer schon gefällt. Oh, Grape-orn. Den gab es doch auch beim Brawl, ne? was hat die das ding gezeichnet das ist doch der konflikt das ist ein richtiger der konflikten was leute haben wollten aber ja das ist der erste in die charakter glaube ich mein gott okay nur die trophy hat überlebt das ist diese schwarze glaube ich das war eine schwarze von monster hunter demonstranter tut vielleicht das ist richtig ein gegner ist das so weißt du wie im roll das finde ich richtig geil ich glaube wirklich das monster hunter jetzt kann schon gut sein was wir haben ein bisschen zu sehr mir hier kommt jetzt mal an was was wie kommt er einfach so ich glaube da kommt ja okay ist vorbei und es kommt noch mal schau und bitte nicht so wird verkackt ist diesmal wird das gut organisiert sein sicherlich zensiert online das muss wir uns alles noch mal angucken okay warum ist das in der mitte denn das ist immer nur bild was die r button z r button ok mehr mehr energy nimm meine energy das könnte echt gegen k.rool ja ja guck die bösen von und die guten von denen das heißt doch das ist doch das ist das jetzt kommt mit dem wohl die jetzt kommt tiny ich glaube es muss den kindling Lenken. Oh. Oh, K. Rool. K. Rool? Oh mein Gott, das ist K. Rool. Oh mein Gott, das ist K. Rool. RIPOS! Wie sieht er aus? Wie sieht er aus? Ach, das hat DDD verkleidet. Oh, die verarscht! Nein, alles gut, das ist K. Rool. Sie machen nur auf Troll. Ja, sie machen DDD zum Troll-Charakter wieder. Oh mein Gott. Da ist er! Da ist er! K. Rool! DING! Ich würde auch so gucken. Heftig! Boah, das ist echt geschafft. Ich hab einen Mellen, ne? Da ist er. Alter. Der originale K. Rool! Ja, er ist wirklich die ganze Scheiße. Oh! Sieht so fett aus. Ich hab das gesagt, dass das so ist. Ich hab das gesagt, dass das so ist. Ich hab das gesagt! Oh, Bauchkontakt! Das war K. Rool. Okay, hast du auf jeden Fall fett sagt. Das hab ich auch gesagt. Der hat auf jeden Fall super Amor. Ja, das hab ich auch gesagt. Wow, das hab ich alles gesagt, ey. Ja, nice. Tschüss! Oha, das ist besser. Also die Moose meine ich. Oh, Donkey Kong. Das ist ein super Smash. Ich glaub schon. Oh, Donkey Kong. Oha, derger, das sieht so krank aus. Geil, derger. Uh, Boxhandschuhe gegen Boxhandschuhe. Und die Dirkung dabei. Ich hab zehn Euro verloren, ne? Auf jeden Fall. Für und gegen? Eddie? Eddie, Eddie. 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 Ja, Mann, auf jeden. Und was ist mit dem... Jetzt kommt Dixi noch, oder? Hä? Warum ist er jetzt noch größer geworden? Dixi? Da kommt jetzt rein. Ah. Jetzt haben sie das gemacht. Jetzt muss man ja nach Lücken suchen noch auf dem Bild, ey. ooh. Come on. Oh, mein Gott Kroos ist auch so. Ooooooh! Ooooooh! Wollten die noch einen Char? Nicht, dass ich jetzt so greedy bin, aber... Weißten die dieses nicht? Nee, das war echt. Jaaay, Krool! Glückwunsch, hast das geschafft, dein Spieler ist dabei. Oh, wir hatten dich. Warum waren das? Okay, die Gameplay sind. King Krool hat's geschafft! Es gibt soviel zu besprechen jetzt, ne? Wow. so vielen dank fürs livestream ihr habt gesehen king carol sein main in smash 5 angeblich